Literatur ist voll dein Ding und du hältst dich sogar für Literatur-Trunken. Na dann testen wir das doch mal. In diesem Video erwarten dich 15 Fragen, die es in jeweils 10 Sekunden zu beantworten gilt. Lass mich und die Community am Ende dieses Videos gerne wissen, wie viele Fragen du richtig beantworten konntest und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch gerne mit anderen Literatur-Trunkenen. Vielen Dank und damit Sully Servus und herzlich Willkommen bei... ... 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